Hallo, willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier das Premium-Vulkansortiment von Blackbox. Sieht aus, als ob da drei, ja, unterschiedliche Vulkane drin sind. Und, ja, dann, dann werden wir die einfach mal testen. Sie haben 25,5 Gramm pro Stück und dann kann es losgehen. Das Premium-Vulkansortiment von Blackbox. Ich fange mal an mit Purpur. Boah, geil, so. Das sind immer geile Vulkane, wenn die nicht jedes Mal Kreckling haben. Grün. Wow. Und jetzt noch schnell den roten. Ja, also das ist wirklich mal ein super Blackbox Sortiment, wie eigentlich immer bei Blackbox und dann tschüss.